Gustav Gründgens war ein deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant. Leben und Werkjugend Gründgens war Sohn des kaufmännischen Angestellten Arnold Hubert Gründgens und seiner Ehefrau Emmy Gründgens, Marita Gründgens war seine jüngere Schwester. Seine Schulzeit verbrachte er auf der Oberrealschule am Fürstenwall in Düsseldorf, dem Gymnasium Oberkassel und dem Gymnasium zu Main, das er zu Ostern 1917 mit der Versetzung in die Obersekunda verließ. Nach einer dreimonatigen kaufmännischen Lehre in Düsseldorf wurde er im Herbst 1917 zum Militär einberufen. Er übte jedoch keinen Frontdienst mit der Waffe aus, sondern wurde unter vorgetäuschter Bühnenerfahrung an das Fronttheater Saarlouis versetzt, dessen Leiter er 1918 wurde und das auch nach dem Krieg in Thale weiter existierte. Eine Ausbildung erhielt er 1919. bei Luise Dümong und Gustav Lindemann auf der Hochschule für Bühnenkunst des Schauspielhauses Düsseldorf. Seine Lehrer waren Paul Henkels, Peter Esser und Elsa Dallanz. Erste Engagements Am Beginn von Gründgens Karriere standen kurze Engagements an den städtischen Bühnen Halberstadt, am Vereinigten Städtischen Theater Kiel, am Berliner Theater in der Kommandantenstraße und am Kurtheater Eckernförde, wo er 1923 als Regisseur debütierte. 1923 ging er zu Erich Ziegel an die Hamburger Kammerspiele. In dieser Zeit erweiterte er sein Repertoire an klassischen und zeitgenössischen Stücken und inszenierte U. A, Anja und Esther von Klaus Mann. Klaus Mann und dessen Schwester Erika spielten zusammen mit Gründgens und Pamela Wedekind die Hauptrollen. 1927 folgte Klaus Manns Revue zu vieren mit denselben Hauptdarstellern. Gründgens und Erika Mann heirateten 1926. Die Ehe wurde 1929 geschieden. Berlin 1928 ging Gründgens zu Max Reinhardt ans Deutsche Theater in Berlin, wo er auch selbst Regie führte. Ab 1929 führte er äußerst erfolgreich Opernregie und wirkte auch in Kabarettrevülen mit. Zu diesem Zeitpunkt übernahm er auch erste Filmrollen. Einer der bekanntesten Auftritte aus dieser Zeit ist die Rolle des Schränkers in M. 1930 hatte er größeren Erfolg als Regisseur mit Menschen im Hotel von Vicky Baum, einem Theaterstück nach ihrem gleichnamigen Roman, das ein Welterfolg wurde. 1932 begann Gründgens, am Preußischen Staatstheater in Berlin zu arbeiten. Seine erste Rolle war die des Mephistopheles in Goethes Faust. Karriere im Nationalsozialismus Gründgens blieb 1933 in Deutschland und machte im NS-Reich Karriere. 1934 wurde er Intendant des Staatlichen Schauspielhauses und zum Staatsschauspieler ernannt. Ein halbes Jahr nach der Ermordung Ernst Röms, Ende Dezember 1934 wandte er sich an seinen obersten Dienstherrn Hermann Göring mit der Bitte um Entlassung als Leiter des Schauspielhauses und verwies dabei, ohne diese expressis verbis zu nennen, auf seine Homosexualität. Göring nahm das Rücktrittsgesuch aber nicht an. Am Preußischen Staatstheater am Gendarmenmarkt spielte Gründgens im Januar 1936 Shakespeare's Hamlet unter der Regie Lothar Mütels, eine Aufführung, die zum Ausgangspunkt für massive Angriffe aus nationalsozialistischen Kreisen um den Parteideologen Alfred Rosenberg wurde, da Gründgens Darstellung des Hamlet die Tragödie eines vereinsamten Intellektuellen inmitten eines verbrecherischen Staates hervorzuheben schien und der Sätze wie, Die Zeit ist aus den Fugen, und Dänemark ist ein Gefängnis, angeblich tendenziös Vortrug. Nach Angriffen im Völkischen Beobachter wich Gründgens 1936 in die Schweiz aus, kehrte aber kurz darauf zurück und wurde von Göring zum preußischen Staatsrat ernannt, um, laut Gründgens, einer etwaigen Verhaftung vorzubeugen, welche nun nur noch mit Görings persönlicher Zustimmung als Ministerpräsident hätte erfolgen können. Gründgens amtierte bis 1945 als Generalintendant der preußischen Staatstheater und zog seinen Vorteil daraus, dass diese dem preußischen Ministerpräsidenten Göring unterstanden und nicht wie die übrigen Theaterreichspropagandaminister Josef Goebbels. Gründgens führte außerdem sporadisch Filmregie und übernahm 1938 bei der Ufertochter Terra die Leitung einer eigenen Herstellungsgruppe, wo unter anderem die Filme Zwei Welten und Friedemannbach entstanden. Tanz auf dem Vulkan als Mischung aus Historienfilm und Revuefilm aus dem Jahr 1938 zeigte eine besondere schauspielerische Leistung Gründgens. Er wirkte in Propagandafilmen wie um Krüger mit. Als Josef Goebbels am 18. Februar 1943 den »Totalen Krieg« ausrief, meldete Gründgens sich freiwillig an die Front und wurde zeitweise als Gefreiter in den besetzten Niederlanden eingesetzt. Er wurde von Göring jedoch im Frühjahr 1944 nach Berlin zurückbefohlen. Sein Name stand fortan auf der gottbegnadeten Liste. In zweiter Ehe war Gründgens von 1936 bis 1946 mit der Schauspielerin Marianne Hoppe verheiratet. Seine Homosexualität war damals in der Öffentlichkeit kein Geheimnis. Nach Kriegszeit von 1945 bis 1946 war er im Speziallager Jamlitz inhaftiert. Im Rahmen der Entnazifizierung wurde er von vielen Kollegen entlastet und entlastete seinerseits unter vielen auch die Schauspielerin Emmy Göring und Veit Haaland, den Regisseur des berüchtigten antisemitischen Propagandafilmes Jutsus. Ausschlaggebend für seine Entlassung aus der Haft war die intensive Bemühung Ernst Buschs, den Gründgens während des Zweiten Weltkriegs durch seine Intervention bei Göring vor dem Galgen gerettet hatte, sowie auch etlicher anderer Schauspieler und Mitarbeiter, die sich persönlich oder schriftlich für ihn einsetzten. Bereits 1946 stand Gründgens wieder auf der Bühne, zunächst im sowjetischen Sektor von Berlin, und führte am Deutschen Theater und an den Kammerspielen Regie. Von 1947 bis 1955 war er Generalintendant in Düsseldorf, zunächst der städtischen Bühnen, dann des Düsseldorfer Schauspielhauses. Die Schallplattenfassung seiner Düsseldorfer Inszenierung des Faust, die 1954 bei der Deutschen Grammophon auf drei Sprechplatten erschien, gilt vielen als Geburtsstunde des heutigen Hörbuches. Ab 1955 war Gründgens Generalintendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, das er auf den Höhepunkt seines Ruhmes führte, und wo er viel beachtete klassische und moderne Inszenierungen zeigte, eine hohe Sprechkultur pflegte und bedeutende Schauspieler um sich sammelte und prägte, genannt seien nur Elisabeth Flickenschild, Joanna Maria Gorwin und Will Quattflieg. 1960 adaptierte er seine Hamburger Faustinszenierung für den Film, mit Will Quattflieg als Faust und sich selbst in der Rolle des Mephisto in der Maske, die sich seit den 1930er Jahren nicht verändert hatte. Dieser auch im Fernsehen gezeigte Film wurde ein großer Publikumserfolg. Lebensende zum Sommer 1963 beendete er überraschend seine Intendanz am Deutschen Schauspielhaus und begab sich auf eine Weltreise. In der Nacht vom 6. zum 7. Oktober 1963 starb er dabei in Manila auf den Philippinen an einer Magenglutung, die von einer Überdosis Schlaftabletten ausgelöst worden war, ob es Suizid oder ein Versehen war, wurde nie eindeutig geklärt. Sein diesbezügliches Vermächtnis schrieb er auf einen Briefumschlag. Ich habe glaube ich zu viel Schlafmittel genommen, mir ist ein bisschen komisch, lass mich ausschlafen. Gründgens Grabstätte liegt auf dem Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, ganz in der Nähe des Haupteinganges, neben dem Grab Ida Eris, der Prinzip Alin der Hamburger Kammerspiele, und in unmittelbarer Nähe zu Jürgen Fehling. Auszeichnungen preußischer Staatsrat, 1936 Präsident des Deutschen Bühnenvereins, von 1948 bis 1952 Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern, 1953 Bundesfilmpreis für Faust, 1961 Satö Knöpfe als bedeutendster Schauspieler seiner Zeit Nachwirkung Gründgens ist als bedeutender Schauspieler und Theaterregisseur verhältnismäßig lange im öffentlichen Gedächtnis geblieben. Zahlreiche Theater-, Film- und Fernsehdarsteller hat er vor allem in seiner Hamburger Zeit stark geprägt. Eine Gustav Gründgens Ausstellung erfolgte zu seinem 80. Geburtstag im Düsseldorfer Dümon-Lindemann-Archiv, das unter der Leitung von Heinrich Riemenschneider eine umfassende Dokumentation über Gründgens zusammengetragen hatte. Rolf Badenhausen, dem eine zentrale Rolle in Gründgens künstlerischem Wirken zugefallen war, urteilte posthum über ihn, Gustav Gründgens war als Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter eine Persönlichkeit, die nicht zu kopieren ist. Sein Arbeitsethos ist anwendbar. Eine lehrbare Methode kannte er nicht. Seit 1960 besaß Gründgens ein Ferienhaus auf der Insel Madeira. Gründgens als literarisches Sujet Klaus Manns Exil-Roman Mephisto von 1936 beschreibt die Karriere seines Schwagers Gründgens, im Buch als »Hendrik Höfgen«, deutlich identifizierbar, als Musterbeispiel des Opportunismus eines Künstlers zu Anfang des Dritten Reichs. Der Roman weist, indem er jene moralisch fragwürdigen Aspekte der Karriere seines ehemaligen Freundes destilliert, eine scharfe persönliche Färbung auf. Auf die Klage von Gründgens, Lebensgefährten, Adoptivsohn und Alleinerben Peter Gorski hin wurde dem Nymphenburger Verlag mit der bis heute gültigen Mephisto-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1971 die Veröffentlichung des Romans verboten. Ungeachtet der Mephisto-Entscheidung erschien im Jahre 1981 eine Neuausgabe im Rowold Verlag. In der DDR wurde der Roman bereits 1956 veröffentlicht. Nach Klaus Mann ist Mephisto kein Schlüsselroman. Es geht in diesem zeitkritischen Versuch überhaupt nicht um den Einzelfall, sondern um den Typ. Zur Frage, weshalb er Gründgens als Muster für die Figur des »Hendrik Höfgen« gewählt hatte, schrieb er in seiner Autobiografie »Der Wendepunkt«, wie hatte man mit ihm gelebt, gearbeitet, diskutiert, gezecht, und nun zechte, spielte, diskutierte er mit den Mördern? Es war entschieden unheimlich, sich dies vorzustellen. Ferner entstanden über ihn, Werner Fritsch, Kromer, Farbenlehre für Chamäleons, Surkamp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3, 518, 13419, 1 Volker Kühn, G. Wie Gustav, mit F. Ein Leben als Spiel. Theaterstück. Berlin 1999, 2000. Gründgens als filmisches Sujet Der auf dem Roman von Klaus Mann fußende Film Mephisto wurde 1981 von Estván Schabot mit Klaus-Maria Brandauer in der Hauptrolle gedreht. Gustav Gründgens Preis in Hamburg wurde 2011 ein mit 15.000 Euro dotierter »Gustav Gründgens Preis« ins Leben gerufen. Dieser Preis wurde durch das Ernst Deutsch Theater in Hamburg sowie Lions Clubs International initiiert und von der Mercedes-Benz Niederlassung Hamburg gestiftet. Mit dem Preis sollen Persönlichkeiten geehrt werden, die mit ihrem Lebenswerk die darstellende Kunst in Hamburg und darüber hinaus geprägt haben. Der Preis soll darüber hinaus an den bedeutenden Theatermann Gustav Gründgens erinnern, der als Schauspieler, Regisseur und Intendant Theatergeschichte geschrieben hat. Bisherige Preisträger 2012, John Neumeier 2015, Job van den Ende 2017, Michel Abdollahi 2019, Joachim Mayhoff 2021, Volker Lechtenbrink.